Die Merizni Smartwatch ist eine günstige Uhr, die für unter 50 Euro ein schickes und modernes Design und eine ganze Reihe an praktischen Funktionen verspricht. Doch gerade bei solchen günstigen Smartwatches kann man sich wirklich nie sicher sein, ob man hier auch wirklich alles bekommt, was vom Hersteller versprochen wird und ob die versprochene Qualität auch eingehalten wird. Deshalb möchte ich euch in diesem Video einmal einen Überblick über alle Funktionen und Features der Uhr geben und euch von meinen Erfahrungen berichten, die ich beim Nutzen der Uhr bisher so gesammelt habe. Also, viel Spaß! So, das hier ist die Merizni Smartwatch. Schauen wir uns die Uhr als erstes einmal so ein bisschen von außen an. Also, wie ihr sehen könnt, hat die hier so ein schickes, modernes, viereckiges Design. Das Ganze erinnert natürlich so ein bisschen an die Apple Watch, auch mit der Krone hier an der Seite. Ja, sieht man schon, dass es davon so ein bisschen inspiriert ist. Aber trotzdem muss ich sagen, sieht das Ganze vor allem für den Preis wirklich schick aus. Ja, auch die Verarbeitung ist, wie ich finde, wirklich gut. Also, ja, das Gehäuse hier ist natürlich aus Plastik und hier ist nicht aus Metall, aber für den Preis, finde ich, ist es wirklich gut verarbeitet. Das Gleiche gilt auch für das Silikonarmband hier. Auch das trägt sich wirklich sehr angenehm und ich finde, es hat auch wirklich eine gute Qualität. Ja, auch ansonsten ist die Uhr wirklich ziemlich leicht und zeigt sich dadurch eben auch angenehm. Also, ich habe sie auch beim Sport und beim Schlafen ab und zu mal angehabt und auch da, muss ich sagen, hat sie mich wirklich überhaupt nicht gestört. Also, ja, vom Tragekomfort her ist die Uhr auch wirklich gut. Genau, und sie ist auch noch bis 5 Bar wasserdicht. Das heißt, man kann sie eben auch mal beim Duschen anbehalten oder auch mal mit der Uhr schwimmen gehen. Kommen wir dann jetzt einmal zu den Funktionen der Uhr. Da hat man hier als erstes, wenn man auf dem Startbildschirm ist, eben die Möglichkeit, hier einmal lange auf dem Display gedrückt zu halten. Und dann kann man eben das Watchface ändern. Standardmäßig sind hier jetzt nur drei Watchfaces auf der Uhr vorinstalliert. In der Verifit Smartphone App hat man aber auch noch die Möglichkeit, hier natürlich viele weitere Watchfaces auf die Uhr zu laden. Und was wahrscheinlich auch vielen gefallen dürfte, ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, eigene Bilder auf die Uhr zu laden und dann hier eben als Watchface zu Hintergrund zu nehmen. Das heißt, man kann das Ganze eben komplett individuell auch anpassen, was natürlich eine sehr coole Sache ist. Ja, dann haben wir hier als nächstes einmal die Möglichkeit, nach oben zu wischen. Da kommen wir einfach in so ein kurzes Einstellungsmenü. Hier kann man eben einmal die Helligkeit anpassen und man kann eben auch hier die Tilt-to-Wake-Funktion ein- oder ausschalten und hier so einen Ruhe-Modus anschalten. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man die Uhr auch mal zum Schlafen tragen will, denn dann will man natürlich nicht, dass sie jetzt ständig angeht. Und man will natürlich auch nicht von den Benachrichtigungen gestört werden. Und das kann man hier eben mit diesen Einstellungen ganz einfach dann verhindern. Ja, wie ich ja eben auch schon angesprochen habe, gibt es hier eben auch eine Benachrichtigungsfunktion, zu der kommt man ganz einfach, wenn man hier einmal nach unten wischt. Ja, die Benachrichtigungsfunktion hat mir bei der Uhr eigentlich wirklich gut gefallen. Also wie ihr sehen könnt, bekommt man hier eben von allen verschiedenen Apps, die man eben in der Smartphone-App eingestellt hat, dann die Benachrichtigungen direkt auf der Uhr angezeigt. Ja, das hat bei mir auch immer zuverlässig funktioniert. Und genau, man kann dann die Benachrichtigungen hier eben auf der Uhr direkt lesen, kriegt eben so eine kurze Vibration eben als Benachrichtigung. Und ja, dadurch ist man dann eben immer direkt up-to-date und kann eben dann zum Beispiel hier rauf gehen und die Nachrichten dann lesen. Was natürlich leider nicht geht, ist auf die Nachrichten auch zu antworten. Aber ja, das ist bei einer Smartwatch für diesen Preis jetzt eigentlich auch nicht zu erwarten. Dann haben wir als nächstes hier einmal die Möglichkeit, nach links oder rechts zu wischen und uns die verschiedenen Widgets der Uhr anzuschauen. Da haben wir als erstes einmal das Aktivitäts-Tracking. Da seht ihr eben einmal die aktuelle Schrittzahl, die man an dem Tag bisher gemacht hat und wie viele Kalorien man dadurch eben verbrannt hat. Dann haben wir als nächstes hier einmal eine durchgängige Herzfrequenzmessung. Ja, die misst eben in regelmäßigen Abständen über den gesamten Tag die Herzfrequenz und zeigt das Ganze dann hier in diesem Diagramm eben an. Ja, das ist, denke ich, auch eine wirklich coole Funktion. Dann kann man eben direkt über den ganzen Tag sehen, wann man jetzt eine besonders hohe oder niedrige Herzfrequenz hat und hat so eben auch immer seine Herzgesundheit im Blick. Das Gleiche gilt auch hier für die Stressmessung. Also die misst eben genauso wie die Herzfrequenz auch über den gesamten Tag hinweg das Stresslevel und das Ganze sieht man dann hier auch in so einem schicken Diagramm einmal angezeigt. Und dann haben wir hier als letztes dann einmal noch den Sportmodus. Hier kann man eben einmal die letzte Übung, die man eben gemacht hat, einmal auswählen oder man kann hier auf Mehr tippen und dann sieht man hier einfach alle Sportmodi, die es auf der Uhr eben gibt. Also das Ganze gilt eben von sowas wie Laufen, einmal im Freien und Inneren. Dann kann man eben auch wandern, Radfahren, es gibt Yoga, es gibt hier so Krafttraining und man kann eben auch mit der Uhr schwimmen gehen oder an so einem Rudergerät oder Cross-Trainer eben auch trainieren. Also es gibt hier insgesamt 14 Sportmodi. Genau, welche sind, habt ihr eben gesehen. Also ja, da kann man durchaus einiges an Übungen aufzeichnen. Ich zeige euch auch mal, wie das Ganze dann live hier aussieht, wenn man eben so einen Sportmodus dann aufzeichnet. Also man sieht hier eben einmal, wie lange man gerade trainiert. Man sieht seine Herzfrequenz und wenn man dann hier runter geht, sieht man auch noch die verbrannten Kalorien und die aktuelle Herzfrequenzzone. Ja, dadurch kann man dann eben sehen, ob man jetzt gerade eher in so einer mittleren oder hohen Intensität trainiert. Ja, genau, also das Ganze ist erst nicht überragend, aber für so ein grundlegendes Sporttraining reicht das Ganze durchaus aus. Und was mir dann auch sehr gut gefallen hat, ist, dass man dann hier auch direkt aus dem Workoutmodus heraus eben die Möglichkeit hat, die Musikwiedergabe auf dem Handy zu steuern. Wenn man jetzt eben beim Training Musik hört, ist das wirklich praktisch, da man dann nicht jedes Mal das Handy dann aus der Tasche holen muss, sondern das Ganze dann direkt über die Smartwatch hier steuern kann. So, dann beende ich das Ganze hier mal wieder und dann können wir uns jetzt... Ah ja, genau, ich muss hier noch einmal lange gedrückt halten, um das auch wirklich zu beenden. Und dann, ja, muss ich hier nochmal bestätigen. Genau, das Ganze... Okay, dann noch einmal. So, genau, also was ich sagen wollte, das Ganze ist natürlich auch sehr gut, dass man hier das Export noch mal lange gedrückt halten muss, denn dadurch wird eben verhindert, dass man jetzt aus Versehen so ein Workout eben einfach mal beendet, wenn man das eigentlich noch gar nicht will. Dann können wir uns jetzt auch noch mal die Workout-Auswertung dann anschauen. Zu der kommt man hier, wenn man einmal vom Startbildschirm aus hier auf die Taste drückt, dann kommt man ins App-Menü. Und hier kann man dann unter Trainingsaufzeichnungen eben seine letzten Trainings sich anschauen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also man hat hier einmal die Übungsdauer, wie viele Kalorien man verbrannt hat und die Herzfrequenzzone, in der man dann trainiert hat. Und ja, das war es im Großen und Ganzen auch schon. Also auch hier ist das Sport-Trekking eher so ein bisschen oberflächlich, aber für die meisten Leute sollte das ausreichen, um so einen groben Überblick über ihr Fitness und ihr Training hier zu bekommen. Ja, dann haben wir hier im App-Menü auch noch die Gesundheitsdaten. Also das ist eben noch einmal das Aktivitäts-Tracking. Noch mal ein bisschen detaillierter. Also sieht man hier auch noch seine aktiven Minuten und eben die Entfernung, die man zurückgelegt hat. Und hier oben eben einmal die Schrittanzahl und die Kalorien, die man eben dadurch verbrannt hat. Dann das Trainings-Menü habt ihr ja schon gesehen. Die Herzfrequenz ist auch noch mal dasselbe. Dann gibt es hier neben dem Stress-Tracking auch noch so ein Atem-Training. Da kann man eben einfach so ein geführtes Atem-Training machen, das einem eben helfen soll, sich kurz mal im Alltag zu entspannen, wenn eben das Stress-Level zum Beispiel hier gerade auf der Uhr sehr hoch angezeigt wird. Dann haben wir als nächstes hier auch noch ein Schlaf-Tracking. Genau, das Ganze sieht dann eben so aus. Wenn man die Uhr eben über Nacht anhatte, zeichnet sie eben ganz automatisch den Schlaf auf. Und dann sieht man hier eben einmal, wie lange man geschlafen hat. Und wenn man dann hier nach unten scrollt, sieht man eben auch noch, wie viel Zeit man jetzt in den verschiedenen Schlafphasen verbracht hat. Also einmal Tiefschlaf, Leichtschlaf und wie lange man wach war. Bei mir war der Schlaf heute Nacht wirklich gut. Also ich war überhaupt nicht wach und habe eben so fast drei Stunden im Tiefschlaf bekommen. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, hier die Schlafbeginn und die Aufstehenzeit ist wirklich sehr akkurat. Also ich bin gestern wirklich so gegen 23 Uhr schlafen gegangen, bin dann eine halbe Stunde später eingeschlafen und mein Wecker hat heute um 7 Uhr geklingelt. Und das hat die Uhr scheinbar auch so perfekt aufgezeichnet. Also das Schlafbeginn scheint hier wirklich gut zu funktionieren. Dann haben wir hier einmal noch eine Wetteranzeige. Da sieht man eben einfach einmal, wie das Wetter aktuell ist. Das ist, denke ich, auch immer eine coole Funktion, auf der Uhr zu haben. Dann haben wir hier einmal noch die Musiksteuerung, die man ja auch im Workout-Modus hat. Dann haben wir hier noch eine Stoppuhr, einen Timer. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, sich einen Wecker direkt auf der Uhr einzustellen, was auch immer eine coole Funktion ist, wenn man dadurch eben so ein bisschen angenehmer geweckt wird durch so eine leichte Vibration und nicht immer durch so ein lautes Klingeln. Also das kann man hier auch auf der Uhr zum Beispiel einstellen. Dann hat man auch die Möglichkeit, sein Handy zu suchen, wenn man das gerade einmal nicht finden kann. Und hier in den Einstellungen kann man dann eben auch noch ein paar Sachen an der Uhr einstellen. Ja, das war so im Großen und Ganzen alles, was man hier mit der Merinzi Smartwatch so bekommt. Also es ist, wie ich finde, durchaus ein ganz gutes Gesamtpaket für den Preis. Natürlich sind hier jetzt keine großen innovativen Funktionen dabei. Aber ja, gerade für den Preis bekommt man hier eigentlich alles, was man so erwarten kann. Alles in allem bekommt man mit der Merinzi Smartwatch eine für ihren Preis wirklich sehr solide Smartwatch. Sie ist mit allen grundlegenden Funktionen ausgestattet, die man von einer Smartwatch erwarten kann und alle diese Funktionen funktionieren auch so, wie sie sollen. Vor allem die zuverlässige Benachrichtigungsfunktion und die wirklich sehr gute Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen haben mir an der Uhr wirklich gut gefallen. Abgesehen von einigen Verbindungsabbrüchen zum Handy sind mir während meines Tests auch keine Probleme an der Uhr aufgefallen. Natürlich darf man hier jetzt auch keine High-End Smartwatch erwarten, aber die Merinzi Smartwatch hält, was sie verspricht und ist für ihren Preis, denke ich, eine wirklich solide Uhr. Wenn man also nach einer günstigen Smartwatch sucht und einem das moderne und viereckige Design der Uhr gefällt, dann kann man hier wirklich bedenkenlos zuschlagen. So, ich hoffe, das Video hier konnte euch weiterhelfen. Falls ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.